Das ist Anna Müller auf dem Weg zur Arbeit. Sie ist Steuerfachangestellte und hat ihre Fortbildung zur Fachassistentin Lohn und Gehalt, kurz FALC, erfolgreich abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch, Anna! Damit hat Anna sich in einem Bereich spezialisiert, dessen Anforderungen immer anspruchsvoller werden. Die Mandanten ihrer Kanzlei kann sie jetzt aktiv unterstützen, was ihr viel Spaß macht und sich auch auszahlt. Den perfekten Partner für die Vorbereitung auf die Prüfung hat Anna in der LSWB-Akademie gefunden. Der Lehrgang dort bietet jede Menge Vorteile. Erfahrene und kompetente Dozenten, Präsenzveranstaltungen mit der Möglichkeit, jederzeit Fragen zu stellen und Probeklausuren unter Realbedingungen inklusive Korrektur. Übrigens, die Teilnehmer des LSWB-Lehrgangs können sich regelmäßig über überdurchschnittliche Bestehensquoten freuen. Danke LSWB! Alle Infos unter lswb-akademie.bayern.falk